Widersprüche und Spannungen Das Fernsehen verfügt als Kommunikationsinstrument nur über sehr wenig Autonomie. Es ist einer ganzen Reihe von Zwängen ausgesetzt, die von den sozialen Beziehungen zwischen den Journalisten herrühren. Heftige, unerbittliche bis zum Absurden reichende Konkurrenz zwischen ihnen, aber zugleich auch heimliches Einverständnis und objektive Komplizenschaft, die auf gemeinsamen Interessen beruhen, welche ihrerseits mit ihrer Position im Feld der symbolischen Produktion und damit zusammenhängen, dass sie gemeinsame geistige Strukturen, Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien haben, die aus ihrer sozialen Herkunft, ihrer Ausbildung oder Nicht-Ausbildung resultieren. Woraus hervorgeht, dass dieses scheinbar entfesselte Kommunikationsinstrument Fernsehen in Wirklichkeit gefesselt ist. Als das Fernsehen in den 60er Jahren aufkam, haben eine Menge Soziologen in ganz großen Anführungszeichen vorschnell erklärt, das Fernsehen als Massenkommunikationsmittel werde die Menschen vermassen. Das Fernsehen werde alle Zuschauer nach und nach nivellieren, homogenisieren. Dabei hat man die Widerstandskräfte unterschätzt. Und vor allem hat man die Fähigkeit des Fernsehens unterschätzt, diejenigen umzuformen, die es machen und darüber hinaus die anderen Journalisten und die Gesamtheit der Kulturproduzenten durch die unwiderstehliche Faszination, die es auf manche unter ihnen ausübte. Das wichtigste und kaum recht vorhersehbare Phänomen war der außerordentliche Einfluss des Fernsehens auf die Gesamtheit der kulturellen Tätigkeiten, einschließlich der wissenschaftlichen und künstlerischen. Heute hat das Fernsehen einen Widerspruch bis zum Äußersten, bis an seine Grenze getrieben, der alle Bereiche der Kulturproduktion befällt. Ich meine den Widerspruch zwischen einerseits den ökonomischen und sozialen Voraussetzungen für die Hervorbringung bestimmter Werke. Ich habe das Beispiel Mathematik genannt, weil es am einleuchtendsten ist, aber dasselbe gilt für Avantgarde-Dichtung für Philosophie, Soziologie und so weiter. Werke, die man rein nennt, ein lächerliches Wort, sagen wir autonom im Hinblick auf kommerzielle Zwänge. Und andererseits den sozialen Voraussetzungen für die Verbreitung unter solchen Voraussetzungen entstandenen Produkte. Den Widerspruch zwischen den Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um avantgardistische Mathematik, avantgardistische Poesie und so weiter zu machen, und den Voraussetzungen, die man braucht, um diese Dinge aller Welt bekannt zu machen. Das Fernsehen treibt diesen Widerspruch zum Äußersten in dem Maße, in dem es mittels Einschaltquote mehr als alle anderen Bereiche kultureller Produktion dem Druck des Kommerziellen unterworfen ist. Entsprechend stark sind in diesem Mikrokosmos der Welt des Journalismus die Spannungen zwischen denen, die Werte wie Autonomie, Freiheit gegenüber dem Kommerziellen, gegenüber Aufträgen Chefs und so weiter verteidigen möchten, und denen, die sich den Zwängen unterwerfen und von ihnen dafür belohnt werden. Diese Spannungen gelangen kaum zum Ausbruch, jedenfalls nicht auf dem Bildschirm, denn die Voraussetzungen dafür sind selten gegeben. Ich denke etwa an den Gegensatz zwischen den großen Stars mit den Rieseneinkünften, die im Rampenlicht stehen und dafür besonders entlohnt werden, aber auch besonders unterwürfig sind, und den unsichtbaren Handlangern der Nachrichtensendungen und Reportagen, die immer kritischer, weil infolge der Logik des Arbeitsmarktes immer besser ausgebildet sind und dabei immer uninteressantere, unbedeutendere Dinge zu tun haben. Hinter den Mikrofonen, den Kameras stehen heute Menschen, die viel gebildeter sind als ihre Kollegen in den 60er Jahren. Anders gesagt, die Spannung zwischen dem, was beruflich verlangt wird, und den Ansprüchen, die man in den Journalistenschulen und auf den Universitäten erwirbt, steigt immer weiter, obwohl wer wirklich Karriere machen will, sich schon vorgreifend anpasst. Ein Journalist sagte neulich, aus der Krise im Alter von 40, mit 40 entdeckte man, dass der Beruf nicht hält, was man sich von ihm versprochen hatte, werde eine 30er-Krise. Die Fernsehleute entdecken die fürchterlichen Zwänge ihres Berufs immer früher und vor allem die von der Einschaltquote ausgehenden Zwänge. Im Journalismus finden sich mit die meisten unruhigen, unzufriedenen, empörten oder zynisch resignierten, unter ihnen natürlich vor allem am unteren Ende der Hierarchie, breiten sich Zorn, Ekel oder Lustlosigkeit gegenüber einer Arbeit aus, die man zugleich als anders als die anderen erlebt oder erleben will. Die Situation ist jedoch alles andere als eine, in der Missmut und Ablehnung die Gestalt echten individuellen oder gar kollektiven Widerstands annehmen könnten. Wenn man verstehen will, wovon ich gesprochen habe und was, obwohl ich mir alle Mühe gab, nicht missverstanden zu werden, doch als individuelle Schuldzuweisung an Moderatoren und Kommunikatoren aufgefasst worden sein muss, muss man sich auf die Ebene der Mechanismen, die das Ganze steuern, die Ebene der Strukturen begeben. Platon, um ihn noch einmal zu zitieren, sagte, wir seien Marionetten der Gottheit. Das Fernsehen ist ein Universum, das den Eindruck vermittelt, dass die Akteure trotz allem anscheinend von Wichtigkeit, von Freiheit, von Autonomie und manchmal sogar einer erstaunlichen Aura, man braucht nur die Fernsehzeitschriften zu lesen, Marionetten eines Zwangszusammenhanges sind, der zu beschreiben einer Struktur, die herauszuarbeiten und ans Licht zu bringen ist. Das war der erste Vortrag von Pierre Bourdieu über das Fernsehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Der zweite Vortrag beginnt in der nächsten Episode und ist nochmal ebenso lang. Vielen Dank.